Und hier werden nun für die Reitergemeinschaft Wiesbaden A-Mote 7,0, B-Mote 7,2, das sind dann insgesamt 14,2. Eine Mannschaft haben wir noch, eine Quartilie dürfen wir hier noch sehen bei Frankfurt-Hessen-Tag und das ist die Quartilie von den Pferdefreunden König Konrad Finnbacher. Die Mannschaftsführerin, das ist Claudia Höller und wir sehen heute in der Mannschaft Neos Astina mit Mina Roswa, Alcino mit Sandra Mello, Soleil und Jennifer Reichwein und Destino und Charlotte Weyheim. Auch euch viel Spaß hier in der Frankfurt-Festzeit. Untertitelung im Auftrag des Felsen Musik 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 Vielen Dank. 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 ...